Hallo und willkommen zurück zu The Forgotten City mit eurer Eule. Wir haben es geschafft. Wir haben den Tempel überlebt. Und wir haben die Situation verbessert, glaube ich. Oh je. Na ja, auf jeden Fall wird es nicht mehr schlimmer. Und wir haben eine Menge Dinge erfahren, die wir eigentlich nie wissen wollten. Ja, Entschuldigung. Offenbar geht es hier raus. Ja. Das ist dunkel. So. Erreiche die Vorderseite des Palastes. Oh, das können wir auch vergolden. Wo geht es denn da hin? Ich meine, da geht es offensichtlich runter. Ah, hier komme ich nicht weiter. Ah, das ist wahrscheinlich eine Möglichkeit, hier wieder hochzuklettern. Das brauche ich momentan aber gar nicht. Oder ich falle einfach runter. Nach unten geht immer schnell. Nein, nicht die Taschenlampe. Die weinen, wo das Wasser fließt. Die sind leider versperrt, die Türen. Ah. So. Genau, zur Apotheke wollten wir auch noch. Heyho. Vielleicht können wir ja nochmal reden. Äquiteia. Ja. Ja, ja, das hatten wir alle schon. Ähm, genau. Vielleicht können wir noch was vom Wuster sagen. Ja, noch nicht genug. Ja. Was ist Livia's Schicksal? Okay. Huch, jetzt geht's wieder? Nein, okay. Tschüss. So. Wollen wir uns mit dem Typ mal auseinandersetzen? Was haben wir jetzt überhaupt? Ach nein, wir wollten ja in den... Hier vorne hingehen. Jep. So. Ah, aufschließen. Livia's Behandlungsnotizen. Leung Rhabarber. Geschwüre Enziane. Magenschmerzen. Glucoriza. Rheuma Weidengrinde. Vorunkel Aloe. Ich finde eine Behandlung für Rheuma. Na gut. Hey, wir müssen sprechen. Ja, aber ich habe rausgefunden, wie man Rheuma behandelt. Du solltest dringend mal mit ihr sprechen. Sie ist im Leben, aber sie wird einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und die Behandlung ist in Ruhe gelassen. Und die Behandlung ist in Ruhe gelassen. Und die Behandlung ist in Ruhe gelassen. Wie gesagt, Livia... Livia braucht eigentlich jemanden, der ihr hilft, damit klarzukommen. Willow Bark. I should have known. It was under my nose the whole time. That's very helpful. Thank you. If this works, it should settle Rufias down some. I have some right here. Could you do me a favor and give him some of this? He'll just need to swallow a pinch of it. I'm hoping it will have a disaster. Ups, danke. Geh mit ihm. Das lässt sich einrichten. So, äh... Bla, bla, bla. Wir können, glaube ich, gehen. Gucken wir doch mal, was wir hier für Sachen haben. Zeitparadoxon. Lauter Dinge. Einwohner habe ich auch schon gefragt. Ruhe Luft aufgelöst. Mit Sintela passiert. Das befrage Julia nach Sintelas Fluchtbahn. Und befrage Ulpius zum Verschwinden. Das klappt noch nicht. Sinti ja den Anhänger zeigen. Äh... Einen kreativen Weg in die obere Zisterne. Stimmt, das können wir jetzt ja auch machen. So, untersuche Domitius, Horatius und Rufius. Vielleicht können wir das ja erstmal tun. Was ist mit der Priesterin? Wollt ihr mir was mitteilen? Hey, du. Ja, ich bin halt netter als du. So. Ja, warum nicht direkt fragen? Nein. Tatsächlich nicht. Ah, wir können hier jetzt einfach reinlaufen. Das bringt nichts. Bavius-Truhe. Nein. Ah, hier geht's nach oben. Ich glaube, ich bin im falschen Haus. Na gut. Wenn wir hier schon Rufius markiert haben, können wir ja auch einmal zu ihm hingehen. Ja, jetzt gerade nicht. Mit dem haben wir uns sowieso noch relativ wenig beschäftigt. Hm. Rufius. Ja, ja, ich weiß. So. Hier, wegen eurer Räumeanfangung. Ich habe eine Behandlungsmethode gefunden. Es ist etwas Weidenrinder und euch sollt es schnell besser gehen. Willow Park. Und das wird funktionieren? Oh, danke Gott. Finally, ein Räumeanfang. Das ist das, was ich bin praying für. Vielleicht hat Gott mich nicht abandert. After all. Danke. I've been in a lot of pain lately. The rheumatism, these cursed statues always watching in the crisis of faith. Oran, kannst du mir was über die Person sagen, die Virgil bedroht? Na gut. Ich will Leute nicht einfach bedrohen. Ah, Moratius, erzähl doch mehr mehr. Was ist eure Geschichte? Okay, und wie seid ihr hier gelandet? I'm from Liguria, up north originally. I was doing alright for myself. Twelve years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl. And pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some geneticum fugitual tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds, down towards the river. And then, nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. Das tut mir leid, das zuhören. Die finden wir auch noch. Was könnt ihr mir über den Magistrat erzählen? Okay, wisst ihr, wie man hier rauskommt? I went around asking the same questions, when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger. If you're interested. Na gut, ähm, kann ich das Bürgerverzeichnis sehen? I don't see why not. Just make sure I get it back by tomorrow. Yep, das ist in Ordnung. Das ist jetzt meins. Aurelia, Klasse Bürgerin, Tavernenwirtin, Quartier Taverne im Elendsviertel. Hinweis behauptet, einen Ausweg zu kennen. Claudia, Klasse Patrizierin, Frau von Maleolus. Quartier Villa Zentral. Käsius Bürger, Händler und im Forum. Dometicus Bürger, Malleolus Wache, wohnt im Elendsviertel. Julius ist Bürger, arbeitsunfähig, im Elendsviertel und ist im Warenhaus eingesperrt. Äquita ist Patrizia, Westerpriesterin und wohnt in der Villa unten. Fabia ist Bürgerin, Bäckerin und wohnt im Elendsviertel. Galerius ist Bürger, Bauer und wohnt im Elendsviertel. Das wohnt echt viel im Elendsviertel. Georgius ist Fremder, Händler und Hannibal. Fremder, durchsucht den Schrott-Elendsviertel. Anmerkung, in der Zisterne gestorben. Ah, wer in die Zisterne gegangen ist. Horatius ist Bürger, Wache und wohnt im Elendsviertel. Tabasch ist Fremder, Fischer und ist im Elendsviertel, ist verschwunden. Julia ist Patrizierin, steht in der Schuld von Malleolus und lebt in der Villa. Livia ist Bürgerin, Briseuse im Elendsviertel, weigert sich jetzt zu arbeiten. Ja, Livia ist durcheinander. Lucrezia ist Fremde, Krankenpflegerin im Elendsviertel. Malleolus ist Patrizierin, Geldverleiher und in der Villa. Anmerkung, nicht vertrauenswürdig. Livia ist Bürgerin, Ärztin und hat sich im Palast eingeschlossen. Octavia ist Patrizierin, putzt und macht Gartenarbeit in der Villa. Ach du, hier sind das viele. Rufius ist Bürger, patrouilliert im Elendsviertel und ist zunehmend aufgewühlt. Ja, das haben wir jetzt behoben. Centia ist Patrizierin, Schülerin in der Villa und zu ihrer Sicherheit auf ihre Villa beschränkt. Centilla ist Patrizierin, Schülerin in der Villa und ist verschwunden. Centius ist der Magistrat. Ulpius ist Bürger und steht auch in der Schuld von Malleolus. Und Virgil ist Bürger und Architekt. Danke. Äh, danke. Of course. Wir müssen ihm ja nicht unter die Nase halten, dass morgen uns erstmal nie kommt. Was haltet ihr von der goldenen Regel? Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute one in ten men. The idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew, you could be executed because your brother in arms is planning a mutiny. Well, you'd bloody well watch him like hundred-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course. But effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. Hm. Das hilft uns nicht weiter. Also seid ihr für die goldenen Regeln. What's done is done. I was forced to execute my brothers in arms and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh. And I've come to accept my love. As with the golden rule. I don't have any control over it. So railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote. True happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future. Not to amuse ourselves with either hopes or fears. But to rest satisfied with what we have. Which is sufficient. For he that is so wants nothing. A good. War crime. Isn't that a contradiction in terms? As Cicero said. In times of war the law falls silent. Hm. Zugegeben. Äh. So. Vielleicht sollten wir über was anderes reden. Dem werdet ihr eure Stimme geben. Not that it's any of your business. But my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately. I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town. I would like to help. I appreciate the thought. But you're new here. And I just can't see how you could make an impact in the time between now and the election this afternoon. In any case. If you're interested in the election, go and have a chat with Equitia. The Vestal priestess. She'll be overseeing proceedings. Ah. Vielleicht können wir ihr ja beweisen, dass Maleolus ein Verbrecher ist. Können wir über Sentilla sprechen? Ich suche nach ihr. Ein neuer Blickwinkel könnte helfen. Äh. Ist euch was Verdächtiges aufgefallen? Sentilla was always a kind, well behaved young woman. I admit. Her Disappearance really caught me off guard. If anyone knows something, I'd expect it to be Sentia, Maleolus, Claudia, or Domitius. But none of them will tell me anything. You might feel better though, I suppose. Hm. Na gut. Ich glaube nicht, dass er ihr was angetan hat. Seid ihr die Person, die Virgil bedroht? Absolutly not. I know someone's been threatening him, and I'm not happy about it. But I can assure you, it isn't me. Okay. Ich werde jetzt gehen. Okay. Please keep an eye out for anything that might lead us to Sentilla. Hm. An der Stelle sind wir also nicht so richtig weiter. Können wir ihr vielleicht was sagen kriegen? Okay. Ähm. Na gut. Die newly arrived, ah, ignorant of the... Ja. So. Und ganz schön dunkel hier. Aber, wenn ich mich recht erinnere... Was ist hier oben? Eine Ranke? Er hört durch ihre Ohren zu. Weil die Statuen beobachten. Aber die scheinen nicht... Entscheidungen zu treffen? Oh, Geld. Hm. Werte Bürger, es ist Zeit. Ah, ich hätte auch das Seil nehmen können. Na ja. Und nicht den ganzen Turm runterfallen. Ich habe nicht. Aber jetzt ist es für ein Punkt. Ich bin mir im Schiff. Aber ich bin mir auch nicht. Ich bin mir im Schiff. Ich bin ich. Ja. Ich bin nicht. Aber es ist so wichtig. Ah, sicher sein könnte, dass man da durchgehen kann. Eine alte Schrittrolle. Der Mythos der goldenen Regel von Durotas dem Jüngeren. Wie es unser Brauch ist, werde ich damit beginnen, dem Gott, der für diese Stadt verantwortlich ist, meinen Respekt zu erweisen. Für den anhaltenden Wohlstand und die friedliche Abgeschiedenheit, die er für uns geschaffen hat, verdient er unsere Hochachtung. Doch hier muss ich vom Brauch abweichen. Denn sein Versuch, uns solch strenge Regeln aufzuerlegen, ist erdrückend, wird übergriffig und sollte mit Verachtung bestraft werden. Das hat der Gott offenbar nicht gemocht. 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 Ich hatte gehofft, dass ich da wieder runterklettern kann, weil ich nicht einfach runterfalle. Nicht vor die Stadt, die mit den Bögen herkomme. Ist das die Diana-Statue? Wenn ja, dann hat sie jetzt keinen Bogen, um jemanden zu vergolden. Das hat der Gott offenbar nicht gemocht. Du hast keine Ahnung, was du machst. Du wirst uns alle getötet. Warte, ich exercize mein Recht als Vestal-Priestess, um ihn zu verabschieden. Ich will nicht, dass du das tun kannst. Du zeigst jetzt deine true Farbe, Priestess. Deine Korruption sickens mich. Dimitius, ignore her. Proceed. Oh je. Mein Rat, Dimitius, keine Waffe. Mein Rat, Dimitius, keine Waffe. Mein Rat, Dimitius, keine Waffe. Wo war hier noch gleich der Ausgang? Das war er nicht. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ah, hier muss ich lang. Du siehst mich nicht. Leider sehen mich die ganzen Statuen. Hui. Das war knapp. Dimitius hat nichts dabei. Ah. Und ein neuer Zyklus. Hm. Also müssen wir irgendwas gegen Malleolus unternehmen. Unter anderem. Und wir müssen immer noch Zintilla finden. Ah. Vielleicht könnte die Priesterin ihr helfen. Na gut. Hier geht's. Wir versuchen doch erst mal, mit Malleolus zu reden. Äh... Uh, ich bin eul und ich möchte, dass ihr ein paar dringende Angelegenheiten kriegt. Äh, Julia liegt im Sterben, aber Lucrezia kann ihr ohne dieses Silphium nicht helfen. Nehmt etwas davon und geht schnell. Rufius ist sich Rheuma aufgewühlt und Fabio davon abhalten, die leeren Schreien zu betreten. Machen wir das. Uh, kann man ihm mehrere geben? Rufius ist Rheuma aufgewühlt. Und Fabio. Ja, hervorragend. Das war's. Spät. Aber das ist sehr nützlich, dass ich das nicht alles machen muss. Hervorragend. Ui. Ich möchte noch hier runter, weil hier unten gab es Asta. Ah. Und hoch. Geld und Pfeile. So, wie viel Geld habe ich denn jetzt? Uh, genug, um sie frei zu kaufen. Rufi. So, das heißt, ich werde jetzt hoch zu Ulpius gehen und schauen, ob ich verhindern kann, dass ihm was passiert. Das ist der falsche Weg. Und danach kann ich mit Maleolus sprechen. Da kommen wir auch immer noch nicht rein, aber vielleicht gibt es da auch einen Weg da irgendwo, diesen Tempel abzukürzen. So viele Wege. Kann ich die Leiter runterfallen? Okay. Sachen sind nicht mehr vergoldet, aber ich gehe davon aus, dass der Goldbeutel jetzt leer ist. Das heißt auf jeden Fall, dass unsere Ressourcen erstmal nicht begrenzt sind. Schaffen wir nicht ein Paradoxon dadurch, dass wir so viel Geld nehmen und das aus verschiedenen Zeitlinien ansammeln? So, aber ich glaube, mir fällt gerade auf, eigentlich haben wir schon ein bisschen überzogen. Dementsprechend sprechen wir nächstes Mal mit Ulpius, aber wir haben ein Ziel. Bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. So, wir sehen uns dann von uns. dass wir diesen gentleen Sề Christen sind, So, dass wir manchmal das machen, dass wir uns care wa Attacken sind und fürANGhouse bleiben, Dieser sagt былиklar, was wir redenen wissen,